Wirbelsäule und Dickdarm. Wenn wir Schmerzen in der Wirbelsäule verspüren, insbesondere im unteren Lendenwirbelbereich oder im oberen Halswirbelbereich, müssen wir diese immer mit Verdauungsproblemen in Verbindung bringen, insbesondere auf Höhe des Dickdarms. Wir werden Schmerzen nie los, wenn wir sie nicht in einen Zusammenhang bringen können. Wenn wir uns die Anatomie des menschlichen Körpers ansehen, sehen wir, dass die Wirbelsäule eine sehr enge Beziehung zum Darm hat, insbesondere zum Dickdarm, auf Höhe der Lendenwirbelsäule. Und zu allem anderen, was mit der Leber auf Höhe der Rückenwirbel zusammenhängt, aber nicht mit dem Magen. All dies wird auch von der Wirbelsäule abgeleitet. Die Wirbelsäule oder Halswirbelsäule und die inneren Organe bilden eine Einheit. Der Schmerz bleibt bestehen, wenn wir den Körper weiterhin teilen oder trennen. Wir glauben, dass der Schmerz auf einen Schlaganfall oder eine Entzündung zurückzuführen ist. Ich habe viele Fälle gesehen, in denen Menschen ihre Schmerzen einfach durch eine Ernährungsumstellung lindern konnten. Dies wird kein Lehrvideo, in dem wir ihnen sagen, was und wie sie essen sollen. Sie müssen sich selbst ernähren. Warum sollten sie auf Mehl verzichten? Ich kann es mir vorstellen. Ich stelle es mir vor. Es ist wichtig, dass sie verstehen, dass ich die Informationen, die ich ihnen heute gebe, nur nach Rücksprache mit meinen Patienten anwende. Das ist nicht der Fall. Das ist einfach meine Art. Das ist die einzige Methode, um Rückenschmerzen zu lindern. Ich habe es bereits erwähnt, aber das gilt für Lenden, Ischias oder Hexenschussschmerzen, sowie für Kreuzbein, Darmbein, Hexenschuss und sogar Nackenschmerzen. Der Nacken, der Kopf, die Augen und die Kopfschmerzen sind nicht die Ursache der Schmerzen. Warum? Ich möchte Ihnen jedoch eine Geschichte erzählen. Als ich vor vielen Jahren anfing, ich bin Chiropraktiker und praktiziere Chiropraktik, war es nicht schwierig. In zehn Minuten konnte ich chiropraktische Manipulationen an einem Patienten vornehmen, der in meine Praxis kam. Es war sehr angenehm, weil ich viele Patienten sehen konnte. Bei einigen Patienten lief es gut und bei anderen nicht. Bei einigen lief es sehr gut und bei anderen nicht. Vor zehn Jahren hatte ich ein Gespräch mit einem Professor über integrative und funktionelle Medizin. Ich sagte meinen Patienten, dass ich chiropraktische Manipulationen durchführen würde, sie aber aufhören sollten, entzündungsfördernde Lebensmittel zu essen. Ich sagte meinen Patienten, wir werden aufhören, Zucker und raffinierten Zucker zu konsumieren. Wir werden auch aufhören, Limonade zu trinken. Einige Menschen waren süchtig nach raffinierten Produkten und kamen mit viel Übergewicht in die Praxis. Es war nicht einfach für sie, damit aufzuhören. Aber sie schafften es. Mir wurde klar, dass es den Menschen sehr gut ging, die ihre Ernährung verbesserten, wenn auch nur teilweise oder für kurze Zeit, über einen Zeitraum von einem Monat. Was tat ich dann? Ich begann, chiropraktische Manipulationen durchzuführen, die nichts mit ihren Schmerzen zu tun hatten. Wenn sie beispielsweise unter Schmerzen im unteren Rückenbereich litten, führte ich Hüftmanipulationen durch, die im gleichen Bereich lagen, aber nicht mit ihren Schmerzen zusammenhingen. Sie verbesserten sich trotzdem, nur durch die Verbesserung ihrer Ernährung. Da wurde mir klar, dass ich mein Wissen erweitern musste und so begann ich, mich mit PNI zu beschäftigen. Nicht mit klinischer Psychoneuroimmunologie, sondern darüber hinaus. An diesem Punkt beginnen wir zu erkennen, wie alles miteinander verbunden ist und alles beginnt mit dem Darm. Der Darm ist die Quelle aller Krankheiten, an denen wir leiden können. Wenn wir das verstehen, können wir den Zustand eines jeden Menschen verbessern. Lassen Sie uns darüber sprechen. Sie können jede Krankheit, an der Sie leiden, stoppen. Die Realität ist, dass sich die Dinge nicht verbessern werden, wenn sie ihre Ernährung nicht ändern. Auch nicht für einen kurzen Zeitraum, wie Zams B. eine vorübergehende, entzündungshemmende, restriktive Diät. Mit dieser Frage haben wir dieses Video begonnen. Zunächst müssen wir verstehen, dass der Dickdarm eng mit der Lendenwirbelsäule und dem Kreuzbein verbunden ist. Der Beckenboden steht jedoch in direktem Kontakt mit dem eigentlichen Becken und nicht mit dem Iliosakralgelenk. Die Leber, die Bauchspeicheldrüse und der Magen befinden sich alle im Brustkorb. Dies wird als Rückensäule bezeichnet. Die Nervenwurzeln, die viele Eingeweidegewebe innervieren, entspringen dem Halswirbelmark. Wenn wir verstehen, dass die Wirbelsäule dasselbe ist wie das Eingeweide, dann müssen wir daran arbeiten, sie zu verbessern. Wenn wir lumbosakrale Schmerzen reduzieren wollen, müssen wir alle Produkte, die Entzündungen verursachen, Fermente oder Fermentprodukte sowie verarbeitete und raffinierte Lebensmittel, die die Darmpermeabilität beeinträchtigen, reduzieren. Sie kennen bereits die Begriffe Dysbiose und kein Bakterienwachstum sowie den höher gelegenen Anus des Dünndarms, die alle mit der intestinalen Hyperpermeabilität zusammenhängen. Auch die Wirbelsäule wird verbessert. Wir werden auch die Wirbelsäule verbessern. Wenn wir zum Beispiel über die Leber sprechen, ist sie von einer Kapsel umgeben. Sie wird Glissant-Kapsel genannt. Sie ist von Nervenknoten umgeben. Raten Sie mal, wo? Es ist nicht die Rückenwirbelsäule, sondern die Halswirbelsäule. Wenn wir eine fettige oder einfache Leberüberlastung haben, brauchen wir uns keine Sorgen über eine Leberzirrhose und noch weniger über Leberkrebs zu machen. Bei einer Fettleberentzündung verspüren wir Schmerzen im Bereich zwischen den Schulterblättern. Zwischen dem rechten Schulterblatt und der Wirbelsäule befindet sich ein messerähnliches Objekt. Wir haben auch Kopfschmerzen und Schmerzen in der Schulter, die sich ausstrahlen, was besonders nachts beim Schlafen schmerzhaft ist. Wir schlafen nachts nicht, weil wir, wie gesagt, nie ruhen. Wir reparieren unsere Leber, wenn wir schlafen. Warum sollten wir dann auch noch unser gesamtes System überlasten? Der Darm ist entzündet und durch den direkten Kontakt wird auch die Wirbelsäule entzündet. Das Gleiche gilt für die Leber, die Bauchspeicheldrüse und den Magen. 80% des Immunsystems, das das große Zentrum für die Immunkontrolle in unserem Körper darstellt, sind dem Verdauungstrakt gewidmet. Was will ich damit sagen? Das passiert schon seit Millionen von Jahren. Jedes Mal, wenn wir etwas zu uns nehmen, setzt sich das Abwehrsystem und nicht das Immunsystem auf unserem gesamten Verdauungstrakt fest, um festzustellen, ob es gesund ist oder ob sich Bakterien in das System eingeschlichen haben. Als Spezies lassen wir keine Krankheitserreger in unserem Inneren. Wir beseitigen sie entweder oder vernichten sie. Wir können nicht zulassen, dass sie in unserem Inneren verbleiben, da sie für uns sehr schädlich sind. Wenn wir etwas loswerden wollen, müssen wir dazu in der Lage sein. Wie ich immer wieder sage, wenn wir uns schlecht ernähren und ein sitzendes Leben führen, bewegen wir uns nicht. Unser Gehirn und unser Körper verkümmern dadurch. Der Umgang mit Stress ist schlecht, insbesondere der psychoemotionale. Wir ruhen uns nachts nicht aus, wir schlafen nicht. Wir reparieren nicht und haben keinen Kontakt zur Natur. Wir gehen nicht nach draußen in die Sonne, wir setzen uns weder Kälte noch Hitze aus. Wenn wir uns weiterhin in einer stressigen Situation befinden, ohne uns zu bewegen, wird sich unser gesamter Körper verschlechtern. Dies betrifft die Knochen, Muskeln, Gelenke und das Immunsystem. Wir werden in den Spiegel schauen und sagen, ich bin übergewichtig. Das Problem ist nicht nur das Übergewicht. Die Tatsache, dass ich übergewichtig bin, zeigt mir, dass mein Immunsystem nicht ausreichend ist. Wie ich bereits erwähnt habe, wird es dauerhaft auf dem Verdauungstrakt lasten. Wir haben eine brutale Darmdurchlässigkeit aufgrund einer chronischen Entzündung von geringem Schweregrad und wir sind aufgrund der schlechten Ernährung und all der schlechten Gewohnheiten, die ich erwähnt habe, völlig kollabiert. Wir werden nicht in der Lage sein, uns zu regenerieren. Entweder müssen wir auf unsere Ernährung achten oder uns der Reparatur von Gewebe widmen. Beides geht nicht gleichzeitig. Kein Mensch oder anderes Lebewesen kann sich um sich selbst kümmern und sich gleichzeitig regenerieren. Wir können uns nicht regenerieren und gleichzeitig der Gefahr entkommen. Das ist wichtig zu wissen, denn dann kommen wir zur zweiten Phase, die ich seit vielen Jahren anwende. Wenn ich einen Patienten in der Sprechstunde sehe, handelt es sich oft um übergewichtige Patienten mit chronischen, leichten Schwellungen und all dem, was ich Ihnen gerade erklärt habe. Eine Person, die auf der Ebene des Essens und der Gewohnheiten bestraft wurde. Wir müssen all dies einschränken und sei es nur für drei Monate. Es ist wichtig, die Dinge richtig zu machen und das wird einen Unterschied machen. Wenn Sie können, versuchen Sie, Ihre Gewohnheiten dauerhaft zu ändern, aber auch nur für kurze Zeit. Ich glaube nicht, dass der Körper in der Lage sein wird, einen Bandscheibenvorfall, eine Gelenkblockade oder einen Riss zu regenerieren, bevor er sich nicht vollständig regeneriert hat. Es gibt viele Erkrankungen, die Schmerzen im unteren Rückenbereich verursachen. Wir können uns nicht bücken oder aufstehen. Es kann von unseren unteren Gliedmaßen ausgehen. Wenn wir uns einschränken, können wir geschädigtes Gewebe viel schneller und effizienter regenerieren. Andernfalls können wir eine Behandlung nach der anderen durchführen, aber wir erreichen nur einen Punkt, an dem wir keine Verbesserung mehr erzielen können. Um diese Grenze zu durchbrechen und gesund zu sein, müssen wir alles tun, was mit epigenetischen Gewohnheiten zu tun hat. Noch besser ist es, wenn man das über einen langen Zeitraum durchhält. Welche Behandlung kommt als nächstes? Um eine Behandlung zu verbessern, müssen wir auf epigenetischer und Gewohnheitsebene gut abschneiden. Javier, bitte nennen Sie mir die Behandlungen, die ich anwenden kann, wenn ich unter lumbalen, lumbosakralen, dorsalen, cervikalen oder Kopfschmerzen leide. Wir haben festgestellt, dass Rückenschmerzen mit schlechter Ernährung und all dem, was ich Ihnen gesagt habe, zusammenhängen. Im Prinzip müssen wir also einen Fachmann, einen Arzt finden, der in der Lage ist, mit seinen Händen zu arbeiten.